Meinst du wirklich, dass du damit durchkommst? Es tut mir leid, dass ich überhaupt in die Sache mit reingezogen hab. Okay, was sind Freunde denn da? Und wegen deiner Frage? Viele Geburten passieren. Gerade im frühen Stadium meiner Schwangerschaft. Okay, verstehe ich das richtig. Ich geb ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung an. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann geb ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was meint? Dann lass dir was einfallen. Verpass dir heute Abend die erste und dann werden irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an. Ich versuch dir nur zu helfen. Lass es liegen, aber gib mir das Scheiß, Wally. Was ist denn das, ha? Lass mich los! Wie ist denn so dein Neusküchenmesser aus? Lass mich los! Schau dich doch selber an. Ich bin krank, aber du bist als Gehalt entlassen. Kann ich rauchen? Ja? Ja, klar. Danke. Vielen Dank.